Die lassen mich nicht noch senken, Herrjee! Und ich bin ein scheiß Stein. Ich hab nämlich vergessen auf Aufnahme zu drücken und bin hier ein bisschen über die Map gewandert. Aber ich hab noch nicht viel gemacht. Du hast ne geilere Waffe gefunden. Nämlich hier so ne schöne Mutti hier. Macht da immer noch mehr Schaden. Ein besseres Schild. Ja und das wars schon. Und hier das verkauf ich alles. Also es war jetzt nix spektakuläres. Und ein... Eins von diesen seltenen Mineralien, wo wir alles upgraden können. Hab ich gefunden. Eins. Also ich bin gewonnen. Willst du noch sein, Herrjee? Dann mach ich jetzt einfach den ganzen Weg nochmal. Lalalala. Ist mir doch scheißegal. Haben wir ein Level? Nö. Aber hier. Können wir da was verbessern. Kampfschaden sind Müll. Schildkapazität. Kriegen wir nochmal einen prozentualen Bonus. Wo sind wir denn? Schildkapazität. 4,3. Und jetzt? 4,8. Alter. 239 Schild. Richtig gut. Jetzt machen wir hier einen Zugriff. Jetzt knallts. Oh, da kann ich übrigens gleich nochmal looten. Ist das sein Hoden? Guck mal. Wie ist denn mit der Eier? Kann sein, ne? Mahlzeit. Echt mal. Heute gibt's dreckigen Affen. Und als Nachtisch Pudding mit Maus. Oh, die funzt richtig rein. Die macht... Also wir hatten vorher die Sniper, die ich jetzt gewunden habe, wo ich nicht F genommen habe. Die hatte, ähm... Die wir vorher hatten, die hatte 50 Schalten und die macht schon 100. Einfach mal so, bitte. Einfach so. Warum auch nicht? Jetzt knallts. Äh... Haben die Durchfallhaltsblut? Ha, 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 ha. Äh... Achso, ich müsste mal ein bisschen was verkaufen, jo. Warte mal nach, meine Güte. Boah, 3800 Dollars. Boah, boah. Boah, boah. Mau, miau. Au, miau. Au, uu, wuaaaau. Ah, schön. Ich verklappe mal ein bisschen was. Ne, ne, ne. Ich kaufe... Ne, ich brauche nichts kaufen. Komm. Wir verkaufen einfach. Weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. 4600. Einfach so. Aber wie krass. Bis bald, mein Freund. Wenn du anders einkaufst, lasse ich dich tötten. Boah, bester Händler. Ich verärzte dich jederzeit. Okay, na, dann muss ich den Automat jetzt aber ja mitnehmen. Oder dich als NPC hier mitschleifen. Oh, Sanctuary. So, warte mal. Oh, hier, warte. Jetzt knallt's hier. Oh. Oh. Ja. Ja. Ey, das ist gut. Ja. Ich freute dich. Zieh dein Gesicht auf und zeig es einem. Oh, genau sowas. Alter. Es gibt schon Mods. Ja, Penner. Robo-Action. Oder. Wie das sein kann. Hallo, ist der Leon hier? Ah, da bist du doch richtig. Das ging ja schnell. Na gut, wir haben jetzt schon bessere Waffen, alles. Boah, die Dicken klatschen wir jetzt weg hier. Ja, da machst du das jetzt einfach alles nochmal. Ist doch egal. Mir wird das nicht langweilig. Ja, zwei Muni pro Schuss ist immer heftig. Mag ich eigentlich überhaupt nicht. Nehmen sie mal mit. Wann kann ich hier nochmal drei Waffen ausrüsten? Hä? Ach ja, die Klassen-Mod. Ist aber nicht für mich. Okay, also besteht eine Chance, dass wir schon eine Mod für uns finden. Für unseren Charakter an sich. Ja, geil. Oh, ich hatte, glaube ich, eine übelst übertriebene. Plus 30% Schild, plus 15% Leben und noch irgendwas. Ey, das war schon richtig hart, ey. Die Zahlen, die waren... Die gingen mit jedem mal so nach oben. Egal, was ich verbessert ist, ausgerüstet hab. Das war richtig hart. Das war bestimmt noch nicht mal das Beste. Ich hab die ewig mit mir rumgeschleppt. Ich hab nicht die besseren Berge gefunden. Ob wir die wiederfinden. Oder ist ja alles random. Also, wir müssen diesen komischen General-Scheiß retten. Der ist nämlich lieb. Ich dachte nämlich, es ist irgendein Arsch. So, jetzt muss ich hier rüber. Dann mach ich auch dasselbe nochmal wie vorhin. Bisschen mit dem Fahrzeug hier rumballon. Das macht nämlich Spaß. Ja. Jetzt knallt's. Bin da, ihr Penner. Jetzt knallt's hier richtig. Ja. Ich hab eine Herausforderung geschaut. Bin ich nicht, oder was? Der eskaliert. Hilfe. Hopp. Öp. Kann man die nicht umfahren? Muss ich langen. Hier langen. Oder? Ich bin verwirrt. Nee. Doch. Doch. Ich muss hier einmal rum. Und hier durch. Ja. Komm. Hallo. Da ist Kalian jetzt hier. Boah. Ich schaff das aber auch in jedem Spiel, ne? Nee. Ach, das ist schon nice. Oh ja. Währende Fischer. Ja, komm her. Oh, der kann nicht zur Seite zielen, der komische. Höpische Trabi hier. Hä? Okay, sonst wär das Auto zu ÖP, wenn du hier... Hä? Ach, weil hinten einer sitzen kann. Ich kann nur gerade ausschießen als Fahrer. Okay. Wieder was gelernt. Ich bin lernfähig, ja? Gestern zum Beispiel sprechen gelernt. Sonst könnte ich das hier gar nicht öffnen. Da. Da vorne ist Sanktü Harry. Und ich bin... Jetzt mach ich wieder das Lager hier nochmal. Ja, und weiter hab ich nicht gespielt. Dann hab ich gemerkt, dass ich einfach nur... ...dämmt bin. Und wiederum nicht auf Öffname gedrückt hab. Ich einfach nur ein scheiß Stein bin. Oh, warte. Ich snipe die wieder weg. Jetzt knallt's hier nämlich. Das war's. Jetzt ist Schluss. Richtig gut. Ja, pass auf. Jetzt knallt's. Ah. Mal den fetten hier. Oh, ist dich gut. Einfach das Gesicht wieder zermatscht. Oh ja, und der Wilhelm. Ist doch der Wilhelm. Ich hab keine Zeit für den Scheiß. Du hast keine Zeit? Die musst du dir nehmen. Alter, die Suppe. Ja. Mh, Seidenbacher. Ah, und hier war ich jetzt erschrocken hier oben. Das hab ich jetzt wirklich nicht erwartet. Achtung. Achtung. Kommt erstmal der Dicke da raus. Ja. Das Geist, wir hören hier. Mach's dir nicht, ohnehin. Ja, pass. Wir hier. Oh. Oh, Scheiße. Nein. Ich bin uns kärbelig. Bist du nicht. Wer weiß. Kommt hier. Hallo. Die Eskalion jetzt. Hier. Das hab ich nämlich vorhin auch gelahmt. Oh. Lade nach. Jetzt reicht's. Gefahr. Gefahr. Rette mich. Ich bin doch noch so klein. Bin ich nicht. Da, Minion. Lass mein Robi. Leder Öppel. Bist du ein... Ganz einfach. Ja, das bringt ja nicht mehr Geld. Ne. Ja, weil die Kakteen sind geil. Das ist wie mit den Fässern. Dann machen die dann Stromschaden. Da ist noch einer. Oh, hier. Äh, Scheiße. Ja, mach du mal. Hm, was machst du denn mit dem? Brauchst du eine Explosionswaffe. Ja. Ist schon... Schieß ich dir ans Bein. Du hässlicher. Nehmen wir so eine Drecksgranate oder irgendwas. Äh. 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 Tja. Du bist nicht hundertprozentig geschützt, du kleiner Hurensohn. Ich heil mich erst mal. Und dann rufe ich meinen Robi. Weil da brauche ich irgendein Element, sonst wird das nix. Ne? Meinst du? Komm, ja. Ja. Ne, ne. Oh, ja. Na, nice. Ach, siehste. Ich hab gar nicht mehr viel Zeit. Weil ich nachher gleich wieder mit meinem Bruder zusammen The Forest aufnehme. Ah, muss er kurz warten. Ich mach jetzt hier keine 20 Minuten Aufnahme. Quatsch, wang, ich brauch ihn hier erst an. Weihnachten. Verkaufen. Verkaufen. Oh, die explodiert wenigstens schneller. Guck mal. Wann die jetzt ausgerüstet? Ja. Oh. Das wird. Lade nach. Jetzt knallt's hier. Scheiß, Affe. Ne, 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 mein Freund. Hier, kannst du an. Hier, kannst du an. Hier, kannst du an. Voll ins Gesicht. Ich brauch unbedingt Snipermonie. Oh, ja. Ich habe den Bratschatz, den Energieklang abgejagt. Und die Brücke gesprengt. Aber ich bin getroffen. Ich lese hinter Merofeels ab. Ah. B. Was steckt denn Schwierigkeiten? Mist, wir sind ohnehin schon dünn gestreut. Finde ihn Soldat. Warum bewegt der sich, der Gegner? Das ist doch scheiße. Doink. Doink. Was ist die cool? Auf meinen Befehl. Los, Kleiner. Eskaliere. Boah. Sag mal. Was ist denn mit dem? Hallo. Eskaliert er ja einfach. Ich helfe dir, Kleiner. Sehr gut. Mach ihn kaputt. Oh, ja. Durchfallblut. Das ist schon was. Oh, ja. Ja, ich muss jetzt mal die Waffe wechseln. Ich habe nicht mehr viel. Waffe schlafe richtig. Ah, ja. Oh, ja. Oh, ja. Sag mal her, du Uga-Aka. Ja. Fette Mutti. Ich habe deine Kinder gedötet. Oh. Oh, da muss man nämlich aufpassen. Jetzt weiß ich, warum der eh nämlich mal fast gekillt hat. Wenn die nämlich, ja, diese spitzen Dinger haben, macht das dreifachen Schaden von diesen scheiß Schneebellen oder was die da machen. Okay, doch. Weg. Kann man was skillen? Ich gucke mal. Nee. Noch nicht. Oh, das wird zu heftig. Aber mit dem Sniper sind wir gut. Oh, hier. Vier. Oh, vier Iridium gefunden. Jetzt haben wir schon fünfe. Bester Mann. Wollte ich auf jeden Fall die Sniper hochpimpen. Öh? Was ist da hier lang? Ja. Habe ich doch schon, oder? Nee. Was ist das? Cool. Ein bisschen neonfarbenes Auto kann ich mir jetzt machen. Oh, das mache ich. Okay. Siehste, ich habe trotz, dass ich schon mal weit gespielt habe, noch nicht alles gefunden habe. Ich wollte zu Hause bleiben sollen, Anna. Oh. Boah, der hat die alle getötet noch. Ey. Komm mal. 3 auf 1 ist unfair. Coole Rüstung, Bro. Hallo. Ja, ich werde erst einmal pennen. Weckt mich, wenn ich nicht mehr auf Bandor bin. Ist es tot? Wie ist die App der Träger? Das ist dein Hobby! Ach, ich dachte, ich habe so einen Schnellreisewegpunkt. Ich habe komischerweise öfter ein Map hier noch keinen. Geht das nicht. Hm, keine Ahnung. Was ist denn hier? Kann man da rein? Nee. Da ist doch was versteckt. Oder? Ja, ich konnte es mir denken. Weihnachten. Verkaufen. Verkaufen. Wo muss ich denn hin? Zeig mir mal die Map. Guck mal auf die Map. Ach, das ist gleich hier. Komm, das machen wir noch. Und dann, ähm, spiele ich mit meinem Bruder erstmal dafür. Alter, eine Sauerei haben wir gemacht. Wie sehen die Viecher eigentlich aus? Hä? Wird das der Kopf sein? Haben die überhaupt einen Kopf? Hässlich. Kommt so ein Einzeller. Zerlaufen. Ach so, ich habe mir übrigens voll noch schön meine Platte rasiert. Damit ich überhaupt wieder klar denken kann. Okay. Jetzt kommen anscheinend viele Gegner. Jetzt knallt's. Zugriff. Jetzt ist Schluss. Jetzt geht's los. Es geht los. Oh ja. Ja, ein paar Schuss haben wir. Erst mal gucken. Dicker. Dicker. Hallo. Fette Franz. Oh. Noch einen neuen Schuss. Was ist denn mit dem? Hopp. Geise. Ach komm, Robi. Das ist mein kleiner Wall-E. Komm. Wir eskalieren mal eine Hunde hier. Wir machen jetzt einen Zugriff. Das war's. Jetzt knallt's hier. Okay. Lade nach. Lade nach. Halt sich nie mit nem Menschen und ihren Deckriff an. Gehen Sie doch weg. Ah, nicht hoch. Gehen Sie doch weg. Du bist ne geile Maschine. Ja, Mann. Lade fucking nach. Nix da. Bin ich gut oder bin ich gut? mit ihren Nasen. Kann ich auch. Welche Fratzen. Boah, der dicke Willi. Hohoho. Der Widerstand hat heute einen guten Mann verloren. Aber ich bin sicher, Rhys hätte sich gefreut, wie schnell du diese Bloodshots ausgeknipst hast. Könnte aber wissen. Der hätte pro Freude erst mal schön an die Wand gespitzt. Boah. Oh, der ist gut. Aber nicht gut genug. Du spürst gar nix mehr. Verlöng. Gut. Boah. Hier gibt's. Das sind ja beisliche Fische. Ja. Okay. Das ist die Energiekern. Sehr gut. Jack wird sanctuary zumindest heute nicht zerstören. Geh jetzt zurück zur Stadt. Wir treffen uns dort. Willkommen bei den Crimson Raids. Ich habe eine Herausforderung geschafft. Bin ich gut, oder was? Was ist denn jetzt hier los? Wie in jedem Scheiß-Spiel. Es gibt immer diese blöden Selbstmörder. Habt ihr das gesehen? Hält er die Granate wie so eine heilige Maria in die Luft. Und sprengt sich hoch. Da ist nichts. Scheiß Stein, Alter. Das war der fette Werner. Dann haben wir ja in der nächsten Folge endlich unseren Hub. Sozusagen unsere Stadt freigeschaltet mit Händlern, mit Nebenmissionen, mit Schnellreise, mit... Ja, wie es halt so ist in einem Rollenspiel, ne? Hier ist doch einer. Erzählt mir doch nichts. Ich habe da so ein komisches Gefühl. Wo ist denn hier der Loot? Der Penner. Oh, da. Da ist er. Oh ja. Ich sag doch. Du musst jeden Schrank aufmachen. Und das mache ich auch. Und wir haben da wieder ein verficktes Level, Mann. Ja. Richtig gut. Boah, ich will so viel davon. Ich sehe es schon, komm. Ich zocke dann auch die drei als Let's Play, wenn ich das hier irgendwann mal durchschaffe. Oder beide simultan nebeneinander. Und wir alles verkaufen. Und wir alles verkaufen. Nee, wir zocken erst die... ...aufrufen. Oh. Dann einmal da ist jetzt voll. Ach, verdammt. Äh. Dann ist es so. 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 Das lag aber einmal. Äh. Gut. Dann reicht das jetzt. Da gehe ich jetzt noch eine Röhre. Und dann eine weitere Aufnahme. Mit meinem Bruder zusammen. Shane in the forest. Und dann muss ich unbedingt das weiterspielen. Ich bin so süchtig, ey. Solche Spiele machen aber süchtig, gell. So Rollenspiele. Ist ganz schlimm bei mir. Naja, gut. Alles Lauen. Ich will jetzt weiter spielen. Na, nützt nicht. Hat mein Leben keinen Sinn mehr. Ich muss hier mal brechen. Ich muss hier mal brechen. Ich bin so süchtig. Ich bin so süchtig, ey. Ist ganz schlimm bei mir. Na ja, gut. Alles Lauen. Ich will jetzt weiter spielen. Ich bin so süchtig.